anhalten erstmal ne Prozent anhalten erstmal na hallo wird die Zeit gleich zurückdrehen so der wundervolle waren das hinschieben klar da hinten vor die tür würden aber sonst noch was hier machen die kleine bombe was ist das das jimbos tor jimbos garage mit den vielen waffen und der automatische so nahe so was haben wir hier schönes kaputte porzellanteller trockeneisblock ok also die kühlboxer das darstellen so wir brauchen jungen kiteshilfe so jungen kite ich rufe dich das geräusch ok guck mal an Jetzt? Hä? Ich verstehe. Ich verstehe. Maler Zeug. Komm mal rein. Oh! Das Abgrundohr-Rezept. Achso, ich hätte verkauft können im Kuhn-Store. Bitte mal hoch bitte. Komm mir nicht mehr hoch. Ah, doch. Dann zahlen wir jetzt rückteilen. Der effekt hat übrigens echt cool aus. Muss ich mal so sagen. So. Und jetzt können wir uns die Kiste auch noch holen. Gesichtskranken. Gesichtskranken. So. Die Musik. Gut. Können wir das hier irgendwie runterholen? Ne. Okay. Arschpilz-Erkennungs-Kit? Verrissene Swing-Stage-Stimme. Alter. Was? Eine galone Farbe. Ähm. Wir haben hier keinen Generator, oder? Wir müssen irgendwie da hoch. auch. Wir müssen die Leiter irgendwie runter. Äh. Ich verstehe es nicht ganz. Wir müssen irgendwie da hoch, oder rüber. Aber da rüber geht nicht, weil ja kein Generator steht. Okay. Was Toolshed uns helfen könnte. Hm. Hä? Vielleicht von hier oben irgendwie springen, oder so? Und zack. Was ist hier kaputt machen? Hä? Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt. Geht das hier runter, nützt uns nicht. Wie komme ich denn da die Leiter runter? Oder hoch? Ja, raufklettern? Hä? Ja, das war mir klar. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Wir können auch nicht wieder zurück. Hä? Geht es auch nicht rein, oder so? Wie geht es denn diese Leiter hier runter? Warte mal. Kann ich vielleicht... Wah. Kann ich da noch was anderes machen? Hä? War gut zu wissen, dass es geht. So können wir auch in die Bank rein. Nein. Wohl. Na ja, nicht wirklich. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich stehe gerade irgendwie voll auf dem Schlauch. Wir müssen irgendwie da oben lang. Da können wir hier gar nichts mehr machen. Wir können auch unsere Verbündeten nicht mehr rufen. Also Jumankind. Muss doch die Leiter irgendwie runterkriegen. Ja, da kann ich die Reifenstapel irgendwie schieben. weil da war kein Symbol. Nein! Ich verstehe es absolut nicht. ich verstehe es nicht also egal wenn er mal pinke Pause einlegen was? ok es ist egal wir machen erst eine kleine pinke Pause sonst können wir mich ähnlich konzentrieren ich werde auch in der kurzen pinke Pause mal nachschauen wie es geht muss man nicht sein gut, wir sind dann wieder bis neu so, das machen wir auch schon wieder und wir reden nie wieder drüber nie, nie, nie wieder lalalala, hi scheiße, la, oder? ein Drecke es ist super schnell oh Cousin all good wie stimmt mit dem italienischen Restaurant es gehört zu einem neuen Verbrecher Syndikat wer zum Henker ist das ich habe keine Ahnung sie ist nicht registriert Entschuldigung bist du auf Kunstagram es gibt einen neuen Player in der Stadt der alle Gänsterfamilien vereint ok cool, danke, tschüss du meinst so eine Art Oberwolf? Leute, haltet bloß die Klappe wir spielen nicht mit ihr sieh dir mal Lagerhalle 56d an und hier, nimm das ruf mich falls nötig ich glaub du bist über Hilfe froh sein ok, ok schreckt hält sich inzwischen jeder dahin gelaufene Spaß für'n Superheld jetzt lasst uns einfach scrambles finden, ok? 56d, ok was hat Chaos in 56d verstanden? ok verbessert das Gegengift, sehr gut ok ok was gibt denn hier Schönes äh gehört Disruptor Artefakt in der Treffschauen gesünder Würde nö äh gibt's Verbrauchsgegenstehende da mal ins verbraucht guck mal ins so rauchen wir alles nicht findet der mehr als genug eigentlich ok da oben ist wieder ne Kiste so Rahmenpackung Auspilz Erkennungskip hm der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor saggasse der Superkraft die nur mit dem Kompressor funktioniert ist voll schwul das hier ist nicht Zelda wirklich cool was ihr nennt das? aber Dankeschön Dankeschön die 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 Panker maximalen maximalen sehr gut alles ist er sagt nur finden mehr als genug ok criminal da oben was ist das das eine stabile Kiste hast du da ah ich sehe ich sehe ich sehe so und das Ganze ohne Hilfe so ja ich weiß Dankeschön hier das ist bloß ein Leuchttab ich bin nämlich ein wenig unterbeiden, Moment, kurz kratzeln was gescheitertes Hamster kein Experiment war der tote Hamster ok oh nein oh nein General Disaster oh nein Besiege General Disaster ok ok als erstes auf die Lakaien der hat 360 die haben 240 wie viel hat er kann ich noch nicht sehen ok na dann auf die Lakaien danke fürs rumstehen wie ein Regenscheinwerfer ja hast du das gesehen an den Lachen nennt ihr Meister diesen rothaarigen Bob so kommen wir hier zwei Eterven zu wollen ja hier können wir nicht hin wir können das machen aber dann ach jetzt brennt mir schon ich dachte nur wenn wir den Angriff dann ausführen shit jetzt geht zu dass das echt beeindruckend ist du und Mattas ihr seid die echt früchten Scheißversager äh danke für das Feedback mhm ok dann halten wir ihn halt ja das war dämlich scheiße los geht's neuer so mit Rückstoß zu Generalkar oh ne Disaster nein noch mehr Lakaien boah die sind stark ey shit und los Kuschert kann bei Bedarf gern noch ne Runde lasern wieso musst du so ein Arsch sein Disaster ich bin der Schocke los auf ne Runde Chaos du bist jetzt Chaos Witsch darf drei Felder Lava kippen da Alter ich glaub du hast ne Arterie erwischt schreiß auf die Lakaien mach den General fertig gegen Chaos bist du machtlos spring frei ah schade das war mies hauen wir rein oh du haust echt trauen nicht zu lobo americano äh müssen wir gleich auf dem Weg laufen hab nicht mehr viel Zeit blut hört nicht auf blut hört nicht auf blut hört nicht auf ne straufe nein sehr gut ja das sieht doch gut aus oder einen hauen wir weg und einen machen wir richtig fett der märz ab geht's human kai Ich bin nur ein armer, verstoßiger Wicht. Schade, oder? Den Scheiß schon wieder. Und hau rein! Tritt vor meinen Schöpfer, schick die riesen Todesmaschinen in die Schlacht, sieh Mechalakaien! Was für Mechalakaien? Weg! Los Mechalakaien, vamanos! Auf sie, Wunderharsch! Wow, in zehn Jahren bist du rein mit deinem Spin-Off. Au! Boah! Hau drauf! Da solltest du Salbe drauf hopfen! Das geschieht euch recht, ihr habt uns nie verfall genommen! Aha! Ja! Alter, das hat weh getan! Auf den Roadshop, Erd ohne Ende der Keil! Das könnte brennen! So! Zu mir! Überrennen wir sie! Aha, da ist keiner mehr! So, und jetzt hau weg den Bastard! Was? 843? Äh, lieber ihn heilen? Ne, wir keiten lieber direkt an! Keine Sorge, die Augenbrauen wachsen da! Die Welt wird ein Chaos sein und Lava soll die Erde bedecken! Wieso musst du so in euch sein, Disaster? Ich bin der Schock, erledige den General! Der Zug abwäschen! Ich würde mich ganz so viel Zeit verschwenden! Haben wir auch Human Kite aus der Schusslinie kriegen müssen! Oder was? Noch mehr? Zeit für die Laser! Dann müssen wir ihn down kriegen! Sonst ruft er immer wieder ein neuer! Nein, der hat noch zwei echt! So wärs jetzt dran, Kuhn, oder? Hau drauf, Kuhn! Ich find die Animation von die, äh, von die Special-Angriffe sind echt gut! Diese Lakan haben offensichtlich keine Chance auf den Sieg! Du hast gewonnen! Diabolische Inschrift! Uh! Der Rothaarige sind, DNA! Das ist bei der DNA, müssen wir noch mal gucken! Da haben wir schon lange nicht, wir haben schon einige eingesammelt jetzt! Oh oh! Oh oh! Ich glaub das war's! Na hoffentlich! Wir sollten, Moment! Super Craig! Oh mein Gott! Super Craig! Super Craig, halt durch! Scheiße! Ohne Kompressor krieg ich die Lava nicht weg! Halt durch! Wir finden was von dem 2-Chef Sandblaster anschließen können! Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin! Nein, Super Craig! Wir werden dich retten! Mach was, 2-Chef! Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos! Dann roll den vom Eingang! Die Tore wird verrammelt schon vergessen! Schaut okay Leute! Wir alle wussten, als wir cool Freunde wurden, dass es mal so enden wird! Oh mein! Ruhig bleiben Super Craig! Der hol dich da raus! Sorry Coon! Aber für mich ist die Sache wohl genau! Nein Super Craig! Nein! Du hast ja mit deinem Arme schissen, weil was ist die Sache wohl versteckt! Lege dich bereue! Leute zu denen ich nicht der Lekt war! Hol endlich den sch**** Kompressor! Okay, okay! Meine Schuhe halten nur Reibungsknecht da aus! Ich komme nicht an der Lava vorbei! Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Alta, hier gibt es noch eine Untersuchung, um zuwärtsmann der Lava zu mal Nein, ist noch nie vorbei. Verdammt, Moskito. Okay. LT. Übereinstimmung. Wir haben keinen Kompressor. Doch, wir haben einen Kompressor. Oh, ja. Oh, oh. Oh, okay. Was? Mit dem Klimawandel-Furzstärkungsvermitteln? Oh, okay. Ja. Das macht ein Arschlauch. Ich gehe. Der Neue hat mit schlauchem Arsch die Lava-Wette-Furz. Schnappt euch daraus. Ich versuche, Supercrack zu stabilisieren. Alter, was macht der? Fuck. Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kommt der Lauf? Im Netz. Supercrack. Du hast viel abgekriegt. Geht ihr. Ich stabilisiere ihn weiter. Was? Was? Hey, das war ein Cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team, Vollarsch. Verwinderung kraftfrei gescheitert. Zen Blaster. Jawohl, geil. Jetzt kommen wir in die Bank. Was war die? Ich will auf. Hau drauf. Hihi. Was? Bist du da? General Disaster? Sie sind alle verbannt, oder? Scheiße. Ich weiß nichts von irgendwelchen Katzen. Stimm auf auf Tito. Nein, ich weiß wirklich nichts. Au. Das ist vergleichlich. Das Sprecher geht weiter, bis du singst. Wie war's doch? Wo sind die Katzen? Geil. Wie geht's euch? Supercrack. Mir geht's gut. Ich sag dir, mir geht's gut. So tapfer. So tapfer. Geil. Ich feiere das so. Das ist einfach so krass da nebenbei. Das war... Hihi. Geil. Wir sind ein klasse Team, Vollarsch. Ja. Foto. Oh ne. Ich muss warten, bis er... Bis... Ja. Wir sind doch ein gutes Team. Ja. So. Tu es schien. Stan Marsch. Nice. Jawohl. Okay. Nein. Human Kai, ich folge dir. Können wir nichts machen? Können wir ordentlich hin? Okay. Einfach nach oben. Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Fortschur-Action zu machen. Vergesst es, Ordnungsfanatiker. Hier ist Chaoszone. Und stell den da mal ruhig. Der ist super nervig. Was? So. Ach doch. Hey, was ist da unten los? Ihr werdet für alle Schäden haftbar gemacht. Okay, ne, warte. Wir müssen... Wir müssen das anders machen. Hey. Hä? Ich bin zwar der Schlaue, aber dir fällt sich auf. Ich kann nur das wieder zurück machen. Kannst du deine Arschkräfte benutzen, um das wieder zusammenzupfen? Hey. Gibt es noch mehr, oder? Ich verstehe das nicht. Wir müssen einen Weg darauf finden. Und mit wir meine ich dich. Das kann ja noch vorbeilaufen. Ich bin, ich bin, ich bin. Die Arschkräfte ist außerhalb unserer Stadt. Kun und Freunde sind diese Stadt's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you duel class. There's nothing left to talk about. Tent man! Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. But? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm going to do with all the rest? Go to Paris and get a P-doll enhancement and fuck French Jicks. Super Craig. Super Craig. He 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 he. Very decent joff. Yeah. He 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 he. And how does he he?